Gute Detektive lösen Rätsel Gold und die Sonde. Gute Detektive lösen Rätsel. 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 Bürger, die das Banner an ihrem Haus hängen haben, sind Schmiede. Ich habe mir das Gebäude der Assassinen von ihnen angesehen. Da waren Schilder der Schmiede in der Stadt. Das sind also ganz klare Mitglieder. Die rote Sonne an den Häusern bedeutet, dass die Leute, von denen sie wissen, schont werden. So auch Herr Funti oder Herr Schwarz. Vielen Dank für die Information. Falls Sie noch weitere Informationen finden, bringen Sie sie bitte in den Briefkasten der Sonne. Mein erster Fall. Ich werde sie informieren, wenn ich etwas herausfinde. Das war schon mal sehr erfolgreich. Also wir bezahlen immer, werde ich mal hier etwas einzahlen. Sozusagen. Die Bank hat ja blöderweise zu. Heißt, da könnte ich jetzt nicht irgendwie... Guck mal, das von der Stadt fach. Gesperrt. Ich würde mir das ja schon gerne mal anschauen, ne? So. Irgendwie. something. Bis zum nächsten Mal. Smalles Untertitelung des ZDF, 2020